Wir wohnen hier in einem 300 Jahre alten denkmalgeschützten Schwarzwaldhaus, das bis vor fünf Jahren nicht saniert war, also fast baufällig war, in dem früher eine kleine Bauernfamilie gewohnt hat, bescheiden. Das ist ein kleines Bauernhaus und wir haben im Zuge der Sanierung alles, was wir an Fläche haben, in Wohnraum umgewandelt, also auch den Kuhstall, die Holzläge, die Tenne und all diese Räume, sodass am Ende ein riesiges Haus entstanden ist mit ungefähr 400 Quadratmetern. Wir haben aus dem Kuhstall einen Meditationsraum gemacht, zweistöckig, groß und schön, das Herz vom Haus sozusagen. Wir haben ganz oben die Wohnhalle, also die Tenne, der Dachstuhl, in dem auf einer Grundfläche von 10 mal 20 Meter ungefähr ein einziger großer Raum ist, unser großes Wohnzimmer. Und so haben wir von der kleinsten Kammer, wo man nicht mal aufrecht stehen kann, wo nur ein Bett drin ist, bis zu dieser Wohnhalle, alles zwischen ganz klein und ganz groß in dem Haus. Ich bin nicht der Besitzer, sondern der Bewahrer vom Haus. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, bevor ich das Haus saniert habe, aber das wurde mir im Laufe der vielen Arbeit klar. Das ist ein Denkmal, das ist ein Haus, was auch eine gewisse Bekanntheit hat, was Leute mögen. Und das ist ein Haus, was man nie ganz alleine für sich besitzen kann. Und da sind sie besitzen kann.